hallo leute ich komme gerade aus meinem garten und habe ein erdkabel repariert stromkabel das zu einem springbrunnen im garten zu uns führt das hat ein tier ausgebuddelt und kaputt gefressen und da ich kein komplett neues kabel verlegen wollte dachten wir uns einfach okay ich gucke mal nach der möglichkeit das ganze zu reparieren und fündig wurde ich bei amazon und zwar habe ich hier eine kabelmuffe einen kabelverbinder gefunden der sieht so aus und der ist ip68 zertifiziert das heißt der ist sowohl staub als auch wasserdicht der kommt in einem zweier set und liegt bei 13 euro das heißt pro muffe ist das ganze gar nicht so teuer und dafür dass ich mir eine menge arbeit sparen kann ja habe ich mir gedacht investiere ich das mal an der stelle ich habe jetzt ein bisschen erfahrung beim zusammenbauen im garten gesammelt und dachte mir ich lasse euch daran mal teilhaben und baue das ganze hier mit einem ganz normalen verlegekabel mal nach damit ihr seht wo drauf zu achten ist und wie das ganze funktioniert ja ich bin hier gerade schon dabei und baue das ganze hier so ein bisschen auseinander ihr seht also das ganze hat auf der rechten seite einmal so eine überwurf mutter dann eine dichtung mit einem reduzierstück ihr könnt also kabel von einem millimeter bis zu 13 millimeter dicke hier rein stecken das ist auf der seite dann in der mitte im prinzip so eine art lüster klemme wo diese beiden kabel dann in diesem rohr hier später miteinander verbunden wird und auf der anderen seite sieht es noch mal quasi ganz genauso aus also auch hier ist wieder die dichtung mit der überwurf mutter und hier das teil was dann in dieses rohr eingeschraubt wird also ich denke konzept könnt ihr erkennen das kabel wird über beide seiten eingeführt wird hier in der mitte damit der lüster klemme verbunden und dann wird das ganze mit den ganzen dichtungen hier zusammen geschraubt und es ist so dass wenn ihr hier dran dreht dann zieht sich dieser gummiring zusammen und presst sich um die umwandlung des kabels und so wird das ganze dann auch wasserdicht okay aber fangen wir mal vorne an ich nehme hier erst einmal die rechte seite die kabeldicke als das hier ist zu dünn ich nehme quasi nur dieses teil hier weil das kabel hier relativ dick ist dann kommt natürlich zum ersten mal die überwurf mutter drüber dann kommt das kabel einmal durch durch diesen gesamten korpus samt dichtung und dann kann es auch schon losgehen dann könnt ihr diese drei kabel hier dementsprechend mit der lüster klemme verbinden wichtig ist das ganze hier nicht so lange ab zu isolieren ansonsten weil ihr zieht das ja später hier in der muffe wieder ein bisschen zurück ansonsten guckt dann hinten einfach gucken diese kabel hier raus und das wollte ihr nicht ihr wollt ihr dass die umwandlung da nur rausguckt das heißt das ein kleiner tipp das habe ich also beim ersten mal gemerkt ja und ich werde das jetzt mal hier reinschrauben und für euch ein kleiner cut damit ihr nicht so lange warten müsst der erste teil ist abgeschlossen jetzt machen wir das gleiche auf der anderen seite das heißt hier wieder zuerst die überwurf mutter drüber dann das eine kleine dichtung auch wieder raus lassen nur die große drin und dann dieses teil hier samt dichtung über die geschichte hier drüber schraube ich so leicht an damit sie nicht hinten weg rutscht und dann machen wir das gleiche ja auch wieder und verbinden die kabel hier entsprechend miteinander das tue ich auch wieder und dann sehen wir uns nach einem schnitt wieder das hätten wir auch so und jetzt wird das hier einfach drüber gesteckt diese seite erste mal also in das große rein und dann nach hinten gedrückt komplett und dann kleiner tipp das habe ich nämlich eben garten gemerkt ist es wichtig dass das gummi hier relativ weit nach unten gedrückt wird damit die kleinen plastikringe sich oben richtig schön rumlegen können so das ist jetzt reingedrückt und jetzt könnt ihr das hier entsprechend verschrauben und ich hoffe man sieht das ein kleines bisschen ich schraube es mal zu und halte es mal in die kamera so und jetzt sieht man dass ich oben sieht man vielleicht so ein kleines bisschen dass ich diese schwarzen ringe diese schwarzen teile hier um das gummi rumlegen und das ganze richtig richtig fest beipressen so dass hier eine wasserdichtigkeit entsteht und das gleiche passiert jetzt auf dieser seite auch noch mal hier wird natürlich der gesamte teil rein gedreht hier damit ja da dicht ist so und dann wird der andere teil hier die gummi dichtung wieder nach unten gedrückt damit die kleinen nasen oben auch richtig greifen können und dann hier entsprechend wieder zu gedreht und wir sind fertig und haben ein kabel in meinem fall ein erdkabel hier seht ihr es auch noch mal richtig schön wie sich das hier drum legt hier oben ein erdkabel wasserdicht mit einer muffe miteinander verbunden das soll es an der stelle gewesen sein wie gesagt links zu dem produkt findet ihr unten in der infobox falls euch das video gefallen hat gibt mir natürlich gerne einen daumen nach oben und lasst ein abo auf meinem kanal da und wir sehen uns spätestens im nächsten video macht's gut bis zum nächsten mal